Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sifo Sergi. Ich begrüße dich zu diesem Trainingsvideo Nr. 5. Heute geht es um Bein-Mobilisation, genau gesagt um Hüfte-Mobilisation, damit wir besser den Stopp-Tritt mit dem vorderen Bein üben und trainieren können. Also dieses Video ist zum Mitmachen und nicht nur zum Mitschauen. Bitte nicht nur gucken und bewerten, das kann ich, das ist gut, das ist schlecht oder das kann ich nicht, sondern sich hinstellen und ganz mitbreiten, mitmachen und mithalten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, los geht's. Zur Mobilisation, links nach vorne, in den Vorwärtschritt, Arm nach vorne ausgestreckt, über die Mitte nach außen, die Hüfte öffnen, schließen und reisen. Achtmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Achtmal nach innen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Achtmal nach innen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nach innen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nach innen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Fußstütze. Einziehen. Strecken. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nach außen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nach außen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nach außen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nach innen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Tor. Fußstütze. Eins. Acht. Sieben. Sechs. Rechts nach vorne. Stell dir stehen. Arme nach vorne. Tor. Fußstütze. Einziehen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Die Fußstütze. Nach außen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Nach oben. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Locker. Hat dir das Video gut gefallen, dann abonniere diesen Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Schreib einen Kommentar bitte, was hast du mitgenommen. War es zu schnell, zu langsam, zu schwer, zu leicht? Was möchtest du eventuell im nächsten Trainingsvideo sehen? Drück Daumen nach oben, lade deine Freunde ein, um diesen Kanal zu abonnieren und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Dein Sifu Serge. Ciao.